Hier präsentieren wir die 5 besten Tarnanzüge Test. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. Miltek Anti-Fire-Khillie Anzug 4T LG Der Khillie Suit Anti-4er ist ein Match mit einer eigenen Struktur. Das Spiel hat einen Tarnton und verwandelt ebenfalls Ihre Silhouette. Aus diesem Grund passen Sie sich schnell an Ihrer Umgebung an, aber Sie sind in Ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Die hängenden Fasern verhindern, dass es sich schnell bewegt. Der Mehrteiler besteht aus Gewerbezug, Hose, Kopfbedeckung und Jacke. Sie können das Spiel über Ihre Kleidung anziehen, wenn Sie es wünschen. Dank der Taschebestand in der Verteilung, können Sie schnell bewegen Sie Ihr Spiel. Das Gewicht des Tarnspiels beträgt 1,4 Kilogramm. Nummer 4. Helikontext Heli Suit Tarnanzug Das Ghillie Match besteht aus 4 Teilen Ketun, Hose, Hut sowie Werkzeug, Tarnband. Die Kleidungsstücke sind aus atmungsaktivem Mäse mit der Silhouette des Individuums, das die Tarnung hält. Dank seines Designs kann der Anzug über Kleidung oder Kleidung angezogen werden. Schlitztaschen im Ketun und in der Hose bieten Zugang zu Geräten, die unter dem Spiel verborgen sind. Der Hut maskiert den Kopf und auch das Gesicht und schützt ihn zusätzlich vor Insekten, und ein Werkzeugtarnband verwischt die Form des Werkzeugs. Das Ghillie Match ist für Pfadfinder, Scharfschützen und nicht kämpferische Enthusiasten gedacht. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Helikontext Heli Suit Tarnanzug Heli Suit besteht aus 4 Komponenten Tunika, Hose, Hut sowie Waffenabdeckung. Die Kleidungsstücke sind aus atmungsaktivem Mäse konstruiert und passen sich der Form des Individuums an. Dank seines Stils kann der Anzug über Kleidungsstücke oder Kleidung getragen werden. Schlitztaschen im Keton sowie Hosen ermöglichen den Zugang zu Geräten, die unter dem Anzug versteckt sind. Der Hut tarnt den Kopf sowie das Gesicht und schützt ihn auch vor Käfern, und auch ein Waffendeckel verschleiert die Werkzeugsilhouette. Heli Suit ist für Pfadfinder, Scharfschützen und zivile Fanatiker gedacht. Nummer 2. Der Hunter Sneaki 3D Tarnanzug 3D Sneaki Camouflage Das leiseste Overgarment seht auf dem Markt Kapuze mit Moskitobahn Gesichtsmaske Einstellbare Hose W Flexible String Einstellbare Manschette mit elastischer Hose Mit elastischer Hose in der Taille und Fußslide Öffnung für einfachen Zugang zur Tasche in der Hose Unter der 3D Stilti Kollektion ist vor allem für Tarnung Verwendung geplant, assimilieren mit der Natur. Es wurde tatsächlich für energetische Suchende geschaffen, aber Ornithologen werden es sicherlich auch entdecken, dass es sowohl beim Studium des Vogel als auch des Tierlebens wirklich von Vorteil ist. Der Hund das eigenes Advancement Tarnmuster wurde tatsächlich erstellt, um optimale Tarnung vom Boden bis zu einer Höhe von 180 cm zu liefern. Die Kollektion wurde tatsächlich mit einem extrem leichten und leisen Produkt gefertigt. Und die Nummer 1 unserer Liste Tarnanzugjacke Der Ghillieshut ist ein Anzug, der eine wunderschöne Tarnstruktur hat. Zusammen mit dem Tarnton schirmt die Form des Anzugs sicher, dass sie am Ort kaum wahrnehmbar sind. Das bedeutet auch, dass sie viel weniger Flexibilität in der Bewegung haben. Die baumelnden Fasern können das Gehen stören. Durch das Tarnmuster kann der Anzug flexibel eingesetzt werden. Mit Hilfe des Schneetarnungsmusters werden sie im Schnee nicht mehr auffallen. Es gibt zusätzlich eine Wüsten-Kamo-Passform. Der prominenteste ist der Anzug mit Waldtarnung. Es gibt eine helle und eine dunkle Passform für die Tarnung im Wald, sodass sie gut verbergen können. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal.